Schocknachricht, massive Rentenkürzung wegen der Grundrente bis zu 60 Euro weniger Rente monatlich ab 1. Januar 2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe ja am 15. Januar 2024 ein Video zum Thema Rentenkürzung ab 1. Januar 2024 bekannt gegeben und veröffentlicht und dort haben sich knapp 700.000 Menschen dieses Video angeschaut. Ich bin völlig sprachlos, herzlichen Dank dafür, auch für die vielen Kommentare und auch für die Hintergründe. Und heute am 17. Januar 2024 habe ich eine Mail bekommen von einer Kundin, die hat mir folgendes geschrieben. Den Namen kann ich natürlich nicht veröffentlichen, ist klar. Mein Name ist Maria Mustermann, nennen wir sie so einfach. Ich habe zum 1. Januar 2024 einen neuen Rentenbescheid erhalten. Ab Februar bekomme ich 60 Euro weniger Rente. Ich finde, das ist viel Geld für jemanden, der in der EM-Rente ist und nicht mehr arbeiten kann. Was kann ich tun? Hat einen Widerspruch Sinn. Meine Damen und Herren, 60 Euro netto monatlich weniger ab 1. Januar 2024. Das ist wirklich ein dickes Ding. Das ist eine massive Rentenkürzung. Hier im Einzelfall muss man es wirklich so sagen. Es sind nicht nur 5 Euro oder 3 Euro, sondern hier geht es auch höher. Hier geht es auf 60 Euro. Wir haben auch schon Fälle jetzt zu hören und zu sehen bekommen mit 40 Euro. 100 Euro habe ich noch nicht gesehen, aber letzten Endes hier geht es. Es wird sicherlich auch Fälle geben, wo der Grundrentenzuschlag sozusagen komplett gekürzt wird. Der Grund für die Kürzung, ich habe es gerade gesagt, ist wahrscheinlich, wir kennen den Bescheid der Anfragenden nicht, eine Kürzung in der Grundrente. Es ist sozusagen anzunehmen, dass der ihnen gewährte Grundrentenzuschlag aufgrund von Einkommensanrechnungen ab dem Stichtag 1. Januar 2024 gekürzt wurde. Und ich kann nur folgendes sagen. Wenn man sich nicht sicher ist, wenn man den neuen Bescheid bekommt und den nicht versteht und man ist der Meinung, dass das nicht korrekt ist, was dort passiert ist, dann legen sie doch einfach gegen den Bescheid Widerspruch ein. Es ist verdammt nochmal ihr gutes Recht. Wenn hier irgendjemand, irgendein Mitarbeiter von der Rentenversicherung sagt, um Gottes Himmels Willen, was erzählt denn da der Knöppel? Bloß keinen Widerspruch einlegen. Nein, meine Damen und Herren, ein Rentenbescheid, der in ihre Rechte eingreift, ist allemal Grund, auch diesen von der Rentenversicherung und von externen Beratern, meinetwegen auch gerichtlich zugelassenen Rentenberatern oder Fachanwälten für Sozialrecht überprüfen zu lassen. Denn niemand kann Ihnen, ich kann das schon gar nicht sagen, ob denn die Einkommensanrechnung a. korrekt durchgeführt worden ist und auch b. eine korrekte Berechnung erfolgt ist. Ich weiß das nicht. Ich kann nur so viel sagen, meine Damen und Herren, dass die Einkommen, wenn man die Einkommensanrechnung zum Stichtag 01.01.2024 zugrunde legt, für das Jahr 2022 oder für das Jahr 2021 zugrunde zu legen sind. Und da kann es sehr wohl sein, dass es hier gewaltige Unterschiede gibt. Meine Damen und Herren, ich erlebe es auch ab und zu einmal, dass sich Kunden darüber beschweren, dass das Finanzamt z.B. die Steuererklärungen nicht rechtzeitig abgibt und dass dann die viel zu hohen Einkünfte aus dem vorvorvergangenen Jahr angesetzt werden durch die Rentenversicherung. Die ist hier knochenhart und sagt schlicht und ergreifend, wir halten uns hier nur an die gesetzlichen Regelungen. Wenn Sie uns keinen anderen Nachweis bringen, haben Sie halt Pech gehabt, dann nehmen wir das höhere Einkommen. Das ist eine gängige Begründung für diese Dinge. Sie müssen dafür sorgen, dass die Finanzämter hier ganz konkret bis spätestens September 20 des laufenden Jahres hier die Steuererklärungen fertig machen und die dann auch gemeldet werden. Meine Damen und Herren, ich möchte mal noch allgemeine Dinge zur Grundrente sagen. Ich blende das mal hier mal kurz ein, damit Sie sehen, was ich persönlich von der Grundrente halte. Ich halte von der Grundrente gar nichts. Sie ist ungerecht. Warum ist sie ungerecht? Sie ist zum einen extrem kompliziert aufgebaut, für die meisten kaum zu verstehen und auch nicht nachzuberechnen. Selbst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rentenversicherung haben große Probleme, mit der Grundrente klarzukommen und auch zu verstehen, was da gelaufen ist. Es geht ohne Rechenprogramme hier gar nichts, meine Damen und Herren. Die Grundrente ist auch ungerecht, wenn sie benachteiligt diejenigen, die in Vollzeit arbeiten waren, gegenüber denjenigen, die in Teilzeit beschäftigt sind. Denn oftmals bekommen nur diejenigen den Grundrentenzuschlag, die in Teilzeit oder mit weniger Stunden beschäftigt waren, über einen entsprechenden Zeitraum. Sie ist auch überhaupt nicht geeignet, Altersarmut zu beseitigen. Es sollten ja mal zwei Millionen Menschen Grundrentenanspruch haben. Davon sind ja gerade einmal 1,3 oder eine Million Menschen betroffen oder die profitieren sozusagen von dem Grundrentenzuschlag, müssen aber immer Angst haben, dass dieser Grundrentenzuschlag letzten Endes abgeschafft wird oder gekürzt wird durch die Einkommensanrechnung. Deshalb kann ich nur einfach sagen, mir liegt eigentlich daran, dass wir eine solidarische Mindestrente haben, wie vom Institut der deutschen Wirtschaft auch jüngst gefordert worden ist, meine Damen und Herren. Und dann gibt es noch ein anderes Problem, was ich sehe bei der Grundrente und das hat im Wesentlichen im gesetzlichen Rentenrecht überhaupt nichts zu tun. Aus meiner Sicht ist die Einkommensanrechnung des Einkommens des Ehegatten an die Grundrente rechtswidrig und auch verfassungswidrig. Denn sie greift massiv in die Rechte des anderen Ehegatten ein, der an sich einen Grundrentenanspruch hat. Und jetzt habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, was hat denn die Einkommensanrechnung des Ehegatten auf den Grundrentenanspruch des anderen Ehegatten zu tun im gesetzlichen Rentenrecht? Das gesetzliche Rentenrecht, die gesetzliche Rente kennt, zumindest kenne ich keinen Fall, eine Anrechnung des Einkommens oder des Hinzuverdienstes eines Ehepartners auf gesetzliche Rentenansprüche eines anderen. Solche Anrechnungen gibt es nur in der staatlichen Fürsorge. Das heißt also im Bereich der Sozialhilfe oder meinetwegen auch gerne im Bürgergeld. Und keiner von Ihnen wird es verstehen, wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es keine Einkommensanrechnung an die Grundrente gibt, wenn Sie in loser Lebensgemeinschaft zusammenleben. Da passiert das nämlich nicht. Hingegen Sie aber verheiratet sind, hier eine Einkommensanrechnung stattfindet, so wie sie zum Beispiel auch in der Fürsorge bei den Bedarfsgemeinschaften vollzogen wird. Aus meiner Sicht sind Grundrentenansprüche, rentenrechtliche Ansprüche und keine Fürsorgeansprüche. Und aus dem Grund kann ich überhaupt nicht verstehen, warum die Einkommensanrechnung, warum Einkommen des Ehegatten ja mit dem Grundrentenanspruch des anderen Ehegatten überhaupt nichts zu tun hat, hier mit angerechnet wird. Ich denke, das muss einer höchstrichterlichen Überprüfung unterworfen werden. Diese Frage, aus meiner Sicht halte ich das absolut für inakzeptabel und ist auch aus meiner Sicht schon aus verfassungsrechtlichen Gründen verfassungswidrig. Ich halte die Einkommensanrechnung des Ehegatten an rentenrechtliche Ansprüche des anderen Ehegatten für einen Eingriff in in die Grundrechte und zwar nach Artikel 14 Grundgesetz. Meine Damen und Herren, das ist sozusagen das, was ich zum Thema Gerechtigkeit und Grundrente zu sagen habe. Mir wäre es lieber gewesen, der Gesetzgeber hätte das mit der Grundrente gar nicht erst gemacht, sondern hätte einfach im Bereich der Fürsorge einen allgemeinen generellen Freibetrag für alle Rentenansprüche eingeführt und dann hätten wir dieses Theater mit der Grundrente nicht und vor allen Dingen hätten wir auch dieses Theater nicht, dass einmal gewährte Grundrentenansprüche dann nachher zum Schluss am Jahresanfang eines folgenden Jahres entweder gekürzt oder vollständig weggenommen werden. Meine Damen und Herren, die Grundrente ist schlecht. Sie sollte abgeschafft werden und wir sollten doch eine solidarische Mindestrente einführen, die dann auch dazu führt, dass alle Rentnerinnen und Rentner, die eine bestimmte Zeit in das System eingezahlt haben und auch gearbeitet haben, dann zumindest eine armutsfeste Mindestrente erhalten. Das ist gut angelegtes Geld. Kohle, die im Übrigen auch da wäre, wenn man von allen Superreichen, die es ja in Deutschland nun auch nicht wenig gibt, eine kleine Reichensteuer abführen würde, dann hätten wir genug Geld, um auch dieses Problem zu lösen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 파enberater Peter Knöppel